Echt so viele noch? Ja. Fucking Scharfschützen. Ganz schön lästig. Lästig? Weil schon frech bis dahin gekommen? Nur? Abgepackte scheiß Schild von denen wir jetzt mal nehmen. Echt denn? Also Scharfschützen traut sich nicht nur ein Raku. Da oben steht wieder ein Mino. Genau. Ding! Orakel, Orakel, Orakel. Link, rennt er dir. Kuba. Und noch. Genau. Ja, Orakel, ich kann, da ist ein Orakel bei euch. Nimm mal drauf, ich hab keinen Bock am Orakel zu verrecken jetzt hier. Nimm mal auf die Orakel. Boah, Alter. Das ist schlecht, Mino. Ey, ich hab aber auch gerade hier... Boah. Nicht die Muni. Vollhaus, ey. Null Munis. Tommy, komm. Ja, ich bin da unten. Ja, ich bin da unten. Ja, ich bin da unten. Niemals! 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 Beeilte euch, bevor die Dinger wiederkommen. Guck doch mal, wenn du da stehst, hier wo ich bin, passiert euch die Rache. Oh, ich hab ne Sniper bekommen. Prädyts Rache. Hallo! Merkt euch mal, linke Seite. Da wo ich jetzt stehe. Wo bist du denn? Ach hier. Ja, an der Wand. Da trefft euch nichts. Nur der Scharfschütze, was da oben ist. Okay. Und die Mops, was da runterlässt. Steht da nicht auch noch einer? Äh... Ja, ich glaub da hab ich auch einen weggemacht. Okay, zwei Scharfschütze. Aber mehr nicht. Gut. Wenn rechts einer nach den Mops guckt, einer auf die Scharfschütze und der andere auf die Rache, was da kommen. Okay. Dann guck ich auf die Scharfschütze. Ähm... Königstiger, ich hab hier so einen Sniper gekriegt, ist das auch so ein Raid Sniper? Prädyts Rache oder wie das heißt? Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich denk schon. Wenn's Krieg passt. Prädyts Rache. Aber ist legendär. Ja. Hat auch die gleiche Farbe wie die Rage, äh, Rage Schroppflinde, die ich gekriegt hab. Kann's ja mal anschmeißen. Er grüß mich mal nicht auf. Remus Alpha Handschuhe. Oh, Kinders. Hab denn. Hau drauf. Was denn? Mach mal... Mach mal hier auf. Nochmal bitte. Nimmst du auch, sag ich? Okay, klar. Sorg! Sollen wir den dann ruhig bauen und lassen überall wo er sich hin teleportieren will oder... Ja, sag mir's wie er's möchte. Wir können das wirklich auf Safety machen. Das dauert vielleicht 5 bis 10 Minuten länger. Aller höchstens. Oder wollt ihr auch so machen wie sonst? Mir ist echt egal. Also von mir aus können wir auf Safety machen. Von mir aus können wir das andere auch machen. Ja. Darum gut geschafft. Mir ist egal. Also Schildträger würd ich wohl machen. Hast du ein neues Meister oder was? Ja. Gerade bekomme. Ich rauch mein Gunjar die ganze. Ja, dann Kette, wir bleiben wieder rechts oder was? Ich möchte jetzt von euch wissen was die Mehrheit will. Also wenn es nur 5 Minuten länger dauert. Bei Safety da kann er jemand anderes Schild nehmen. Da kann er in Low Level mit Koi 300 Waffenschaden Schild nehmen. Dann zeige ich euch einfach nur was er dann machen muss. Mir ist egal. Machen was wie es am besten ist. Ja. Du bist ja Wade Führer. Also entscheidest du. Ach. Hauptsache das Ding geht down. Fertig. Ja. Down geht es auf jeden Fall wenn wir es auf Safety machen. Einfach alle links auf der Seite stehen. Fertig. Aus. Alle nach links dann? Oder was? Ja. Komm. Wir machen es kurz zur Safety. Fertig. Fertig aus. Ja komm. Dann müsst ihr das fahren. Dann machen wir es so. Dann habt ihr das Leben nicht auch mal gesehen. Warte. Also alle nach links rüber? Alle auf die linke Seite? Ja. Da wo ich stehe. Alle da oben rauf? Oder was? Ja. Es geht ja noch weiter. Dann hier hoch. Dann hier hoch. Haha. Habe ich. Oh warte. Wie ist das runtergefallen? Dann hier hoch. Und jetzt? Alter. Machst du gerade einen Wandertag mit uns hier? Ja. Ein kleiner Wandertag. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Und jetzt? Darüber? Alter. Plötzlich daneben. Äh. Nein. Dreifachsprung. Ey. Müsste ich hier runterschweizen? Alter. Warte mal alle nacheinander. Los guck mal. Schaff ich nicht. Okay. Schaff ich auch nicht. Ich mach vielleicht doch mal Dreifachsprung rein um da rüber zu kommen. Oh ich hänge. Ich hänge einen Dreifachsprung. Ey das ist ja. Wie soll ich hier wiederbeleben? Ja. Du kannst da rüber gehen. Na komm da rüber gehen. Na komm da rüber gehen. Na komm da rüber gehen. Wieso kannst du es versuchen? Ey ich bin da mal da rüber kommen. Ich hab das Dreifachsprung drin. Kannst du mich wiederbeleben irgendwie? Ne ne? Königstiger hier oben bin ich. Ey das ist ja so. Da kommst du hier rüber. Gechillt rüber. Königstiger ich liegt einen über dir. Über mir? Hier. Guck mal. Guck mal nach hinten. Nach oben. Der liegt oben da wo du. Bevor du hier runter springst. Ach. Ja da komm ich auch noch. Kein Problem. So. Wer ist jetzt die beste Klasse? Warlock. Der kommt überall hin. Der kommt überall hin. Guck mal. Der nächste. Ey. Guck mal da. Da hat es doch wieder eine geschnackt. Guck mal. Steht doch. Ey. Wie komm ich denn da rüber? Ey. Guck mal wie die alle rüber kommen. Könnt euch auch freuen wenn ich mich hier hinstelle. Dann noch mal X. Mit Anlauf Cobra. War es von hier oben? Ja. Nein. Von hier? Ganz vorne in die Ecke. Hier vorne da. Guck mal wo ich hinschieße. Ja. Von da. Von da aus. Guck mal Doppelsprung. Also alles nacheinander ne. Also nicht alles auf einmal. Sondern. Na quatsch. Quatsch. Wie muss man einsprungen? Muss man ineinander sprungen? Ich habe einen Doppelsprung gemacht. Ach dreifach. Ja den muss ich einstellen. Ja. Den muss ich doch erstmal einstellen. Wo ist denn der? Wo ist denn der auf welchem? Beim Revolver hält oder wo ist der? Ja. Achso. Ich muss ja wieder so gucken. Wo ist denn der Doppelsprung? Dreifachsprung. Da ist er doch. Ey. Wieso stehen wir hier alle? Das ist so scheiße. Ich habe den höchsten Sprung gewählt. Ja. Den habe ich auch. Hierfür braucht man dreifach. Ja. Dafür braucht man dreifach. Ich glaube Leute. Kannst. So. Wollen wir mal kicken. So. So. Können wir euch jetzt nochmal auf YouTube hier aufrechnen? Ja. Alle da. Uh. Nein. Ich sterbe nicht. Nein. Alter. Hat er sich wiederbelebt. Was ist das? Ja. Ich bin Warlock. Ich bin die Übermacht. Ja. Wenn ihr jetzt nochmal runterfällt es nicht mehr. Ja. Was machen wir jetzt hier? Bleiben wir jetzt einfach hier stehen oder was? Ja. Ihr bleibt einfach da stehen. Oder hier auch. Kann er uns denn nicht treffen? Nein. Er kann euch nur an zwei Stelle treffen. Ey. Und was ist mit Munition? Und was ist mit den. Äh. Was ist mit den Orakeln? Ist scheißegal. Ich habe Schild. Ich kann euch ständig reinigen. Achso. Ja. Ja. Wenn du das sagst, passt das schon. Woll ich gerade sagen. Ey. Wir haben hier zwei 720er Gruppe hier durchgebrochen. Also würde ich euch erst recht durchgebrochen. Ihr braucht doch nicht auf die Mops schießen. Lasset die Mops. Lasset die Mops. Schießt jetzt einfach auf den Barsch. Auf den Barsch. Hahahaha. 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 Rakete. Rakete. Geht mal ein bisschen zurück. Ja. Platz bringt mich. Was macht ihr denn da? Stellt doch mal nebeneinander hin. Ohhhh. Geh noch die Wand. 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 Scheißbiss nicht die Raketen. Ja. Ich kann schon schnell. Das würde ich sehen. Oh man ey. Das ist scheiße. Das ist schon wie Schocken. Das ist mir nur onkrackt. Ich wollte das ja. Aber irgendwie. Oh. Ich verliebte das. Reinigen. Ich wollte auch schon loslegen. So. Auf der Barsch. Auf der Barsch. Auf der Barsch. Bis zum nächsten Mal. Jetzt wieder hin und wand. Ich komm nicht zu straf. Fein macht ihr das. Meine kleine Kindergartengruppe. Fein. Junge das ist voll die, voll die Cheater-App hier. Hey. Ich hab vorhin einen Orakel markiert. Hallo ich bin. Ja. 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 Aktivier mal dein tolles Schild hier. Du stellst hier die ganze Zeit hier oben rum. Kannst du netten. Sie ist lieber auf den Gegner. Mach ich doch. Aber erst wenn nicht mehr. Neun tausend Schilde. Na danke. Aber nicht sterben. Ach scheiße. Jetzt wollen wir gerade Raketenwerber raus. Von den fünf Frauen zu spielen. Nein. Nein. Ich hab voll Angst hier runter zu fallen. Ich auch. Das wackelt hier auch alles ganz schön hart. Hallo. Es sind Frauen da. Du musst das Kuppenkuscheln lieben. Ich will auch hier. Wuhuu. Ich bin tausend mal besser. Guck mal man kann die echt weg. Das ist so geil. Ach so. Ich schieße mich auf den Gegner. Auf den Boss meine ich. Okay. Aber wir tausend Schilding. Ich habe alle dagegen. Feuer. Auf dem Rad schon wieder. Ein paar Zuger in den Hand. War doch bis die Schilder weg sind. Tuckend. Deckel. Ey mach mal das Schild so weg. Ist doch egal. Ist doch egal. Wie bei Werner. Horakel. Der Rest steht da oben oder was? Was? Wir stehen alle hier oben. Ja. 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 Ich muss gereinigt. Danke. Ich mach das schon meine Kinder. Schießt auf den Gegner. Geht doch nicht wenn wir so ein Schild haben. Was? Ja. Wer läuft mir hier vor die Flinte? Ja. Keine Ahnung. Auch keine Ahnung. Was bist du denn? Ach da hinten. Was heute kommen wir nicht hin? Doch. Kannst du hart drauf schießen. Muss ganz oben aufstehen. Hä? Sieh nimmer noch nicht. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da wo ich stehe? Da da hinten. Reinigen. 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 Ich sterbe gleich. Reinigen. Komm doch zu mir hoch. Cobra. Mann. Ja. Wo bleibt dann der Schild? Warum ist das Schild nicht so? Ja tut mir leid. Ich hab geschielt. Walgo. Wollen wir nicht die Oranke eigentlich kaputt machen? Nein. Nein. Der Bub mit unserem Schild, der heilt uns schon. Richtig. Der T-Shirt. Der Führer ist da. Ich bin krank. Ich auch. Ich bin auch krank. Ich bin krank. Und geht alles. Geht alles sterben, wenn ich krank sein. Nein. 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 Jetzt müssen wir alle wieder Gruppen kuscheln da unten. Ja. Da ist noch so eine kleine Stufe vorne dran. Da ist auch noch ein bisschen Platz. Oh ja. Darf ich runter? Ey, darf ich runter? Ich bin krank. Ich bin reinig. Das wissen wir, dass du krank bist, Tabby. Hey, Template, du hast ja keine Zielgenauigkeit. Ey, der braucht ja richtig lange, bis er down ist, ey. Ey, ich bin krank. 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 bei M inter platzieren. 13 12 elf Wir stehen ja alle da oben. Nä ja. Ich bin irrwärtsamerisch. Redig! 2 1 0 Ich bin vom Orakel Mark ubiquen und wo ich tot bin. Krank krank krank. Königstiger krank krank. Hier unten krank krank. Krank krank. Das ist es klar- Das heißt, ihr könnt...